Hallo, einen wunderschönen guten Abend zusammen. Willkommen zurück zu The Evil Within 2. Als letztes haben wir Father Theodor gekillt, beziehungsweise nicht wir, sondern Myra hat es eigentlich getan. Aber es ist mir egal, weil wir sind hier um, äh, habe ich schon, ich weiß nicht, habe ich als letztes den Scheiß schon gemacht, sieht fast so aus, ich habe nämlich keine Ressourcen mehr. Ähm, gucken wir, 5 Watton Parts und 2000 Gilder, wir haben anscheinend am letzten Mal schon, äh, was gemacht, ähm, Myra hat ihn getötet, jetzt sind wir hinter Myra her, hold lock, was, 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 so wir locken in den Mirror. Ähm, und jetzt rennen wir durch die Überreste von Union. Der letzte Boss war tatsächlich mit so das Beste, was bisher in diesem Spiel passiert ist, das war das Flashback zum ersten Teil. Da ist ja eine Kiste. Das will ich hin. Ähm, das war echt geil und ich glaube tatsächlich, dass ich mir den ersten Teil auch noch mal zu Gemüte führen werde bei Gelegenheit. Diese Kiste war das zwar nicht, aber ich nehme sie trotzdem gerne und dankend an. Ach, schön. Ach, guck mal, eine. Eine neue, oh, da hinten sind Pflanzen. Eine neue Generation Gegner, würde ich fast sagen. Ich muss diese Sachen wegnehmen. Vielleicht kann ich dann zu ihr kommen. Gucken wir mal, ob wir hier mal unsere neueste Backstep-Methode einsetzen können. Guck mal, das hat doch gut funktioniert. Bin ich gerade ein bisschen begeistert, ehrlich gesagt. Damit habe ich fast nicht gerechnet. Kommst du zurück? Hoffentlich sieht der uns da hinten, das finde ich ganz doof. Ich denke zumindest, ich hoffe zumindest, dass wir den kriegen. Ich glaube, der ist zu weit weg. Was denkst du hier eigentlich? Doch, ich denke, ähm... Damit habe ich tatsächlich eher gerechnet, dass wir den nicht kriegen. Aber ich finde, wir haben das trotzdem ganz souverän gelöst. Wie viel Schuss? Fünf Schuss haben wir verballert. Aber jetzt müssen wir ganz, ganz, ganz dringend hier mal ein bisschen scavengen. Und wieder einmal sagt mir das Spiel, ey, Sascha, du benutzt die Harponen so wenig. Und dann sage ich, ey, du spielst mir egal. Die Harponen ist nicht so geil. Vielleicht sollte ich die bei Gelegenheit auch nochmal ein bisschen upgraden, einfach um Upgrades zu haben. Habe ich da noch was von? Ne, First Aid benutze ich jetzt noch nicht. Lass mich raten. Oh, okay. Okay, dann muss ich das jetzt noch etwas tun. Oh, das ist einfach mal ein bisschen. Okay. aus kommst du bitte jetzt nicht rechts rum bitte geh nicht rechts rum und ist geil wenn du jetzt hierher kommen würde dann komm halt nicht aber das war knapp er hat mich gar nicht gesehen okay wie machen wir es ich habe ein problem fuck ah fuck Nein! Ach Gott, hat mich das gerade erschrocken. Gott, dieser Sound gerade. Wo kam der von hinten her? Wieso haben die mich überhaupt gesehen? Zehn, drei Schuss nach. Oh, so langsam wird es echt knapp. Handgun, do let's. Oh, ich bin ein großer Freund von. Ich glaube, wir nutzen die Umgebung zu wenig. Aber wir haben die Umgebung das ganze Spiel nicht genutzt. Wieso sollten wir sie jetzt nutzen? Da komme ich natürlich nicht drüber, ja, ist klar. Shotgun shells, da bin ich auch wieder voll auf deiner Seite. Ich höre sie. Ah, ich sehe sie nicht. Aha, und da bist du. Hey, das ist ja wieder ein ganz grosses Tenet. Fuck. Ah, ich muss ihn dort. Fuck. Wann? Besaut. Out of ammo. Ja, das war's. Tot. Oh, fuck. Ich bin dead. Okay. Wir probieren das mal. Bin mal gestern. Okay, das hat erstaunlich gut funktioniert. Fuck. Puh. Das war sehr knapp vor meinem Tod. Und zwar so knapp, dass ich eigentlich gar nicht darüber sprechen möchte. Fuck. Ich glaube, das macht wenig Schaden. Ich bin mir gerade einfach nicht mehr sicher, äh, oh, fuck. Ich weiß gar nicht, ob ich ihm überhaupt Schaden mache. Ich weiß gar nicht. Oh, ja, 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 ja. so langsam es kommt ja wenigstens zehntausend ja, wollte ich gerade sagen also ich bin so langsam mit meinem latein am Ende und damit meine ich es so richtig am Ende ja, anscheinend nicht kein leben mehr, keine money mehr sniper rifle, shotgun, iron man, aber nix in den kisten das sieht so aus das ist hier noch was ich muss jetzt echt mal kurz ein bisschen gucken weil sonst wird das nämlich echt eng aber sieben Schuss dafür könnte interessant werden aber das hier sieht ja wieder nach Spaß aus Myra! Where are you going? I won't let you hurt Lily Hurt her? I'd never do that I love her your love can't protect her only I can do that I told you to leave I told you to leave good no 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 Ah, das ist alles sehr freundlich hier. Oh, Schnee. Ich glaube, man will nicht, dass wir hier sind. Das war ein kurzes Chapter. Ich behaupte einfach mal, wir neigen uns langsam wirklich dem Ende zu. Okay, hier scheint es aber auch nichts anderes zu geben. Resonance point. Okay. 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 Esmerelda ist in Union und wartet für eine Instruktion. Let's go, Myra. Es ist Zeit. Are you sure about this, Myra? Once you become the Corps, you'll be. I know. But if I don't, they'll just hunt Lily down and put her back inside. I can't let that happen. Just to promise me you'll get Lily to Sebastian when this is all over. I promise, Myra. I guess this is goodbye. Myra was planning on becoming the Corps? Why? Interesting. These plot twists. There she is. Quickly, Theodore, let us... What are you doing? Did you really think I was going to let you destroy Mobius? They may be short sighted, but they're far too valuable to me. When I control them, when I controls them, only then will they reach their full potential. Now, give her to me. Over my dead body. If that's the way you want it. That's when it happened. When this place started to fall apart. Yeah, now it's here... Oh, thank you. Now it's here... Oh, thank you. ... Puntly. So, and... ... ... ... ... ... ... ... ... ich zugeben aber pünktlich hier unsere episode für heute stoppen das wird jetzt echt interessant wirklich danke fürs zuschauen ich hoffe ihr hattet spaß sind es in der nächsten folge bis dann